Willkommen zu einer neuen Runde Wayne will succeed. Mit dabei sind Nico und Marvin. Ja, Stimmung aber auch. Nice, wir haben zwei Rekruten. Ja, Rekruten, die zocken uns jetzt ab. Am Ende passiert das wirklich. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Ihr müsst die Geisel finden. Oben? Ja, aber ich glaube, sie sind tatsächlich oben. Aber den Insider kennen die unsere Zuschauer noch nicht. Ja, dann erklär mal. Oh, ich glaube, die sind unten. Nein, ein Rekrut von uns ist schon mal weg. Nicht nice. Scheiß. Wir sind wirklich oben. Sie sind oben. Doch, in der Mitte, in der Losch. 10 Sekunden. Ich habe einen gespottet. Und dann bin ich gestorben. Noch 5 Sekunden. Oben ist niemand. Ja, bitte Losch. Warte, warte, warte. Ich fahre noch mal eine Runde. Warte. Ich fahre noch mal eine Runde. Einsatz trotzdem freigegeben. Jawoll. Machen wir easy. Nein! Alles klar. Beide raus. Eskalation. Ich weiß aber, wo uns Rekruten sind. Alex, kannst du dich noch an die gute Runde von mir als Sniper erinnern? Nee, ne? Soll das mal eine gute Runde? Oh, da muss ich aber auch überlegen. Der war so schlecht. Jawoll, Marvin hat einen Kill. Ey Nico, du musst immer erst hier abchecken, ob hier keiner hinter sitzt. Wo? Hier. Hier können die sich verstecken. Da sitzt nicht einer. Das weiß ich. Ja, lol, Marvin. Jetzt reicht's aber auch, ne? Die laufen alle rum wie die Mongoren. Hier ist irgendwo eine Kamera. Anwagbar! Da oben ist eine Kamera. Meine. Weißt du, da ist eine Kamera. Ich glaub, da ist eine Kamera, Leute. Ist eigentlich eine Kamera. Leute. Da ist eine Kamera. Sind wir jetzt eins zu hoch, oder? Nee, nee. Das ist die richtige Ebene. Ich kann nicht mehr Y benutzen zum Spotten. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh, das ist ne Leiche. Alter! Alter! Alter Alex, dir ist die einfach die ganze Zeit gefolgt. Ja, woher soll ich das denn wissen, hä? Ja, ich hab dann gerufen und dann bin ich gespürt. Ja, und dann stand er schon direkt hinter mir, verdammt! Alter, ich seh... Ja. Alter, du hast ihn getroffen. Na sicher. Komm, machst du. Weg, Alter. Ich weg dich weg! Aber, aber wo kam der denn her? Eigener Druck, Leute. Weg auf Range mit dieser Scheiß-Pist. Darauf ist jetzt mein Schiff. Okay. Was sein Aim? Kann er nicht alles machen, ja? Ja. Verteidigen das... Ja, ist halt ne Kack-Map, ne? Alter. Wer wünscht sich denn immer? Ich mag Edward Laser jetzt schon nicht, ne? Ja, nimm doch den Mute. Ja, muss ich ja. Doc oder Rook? Rook. Rook. Rook, Rook, Rook. Boah, geil. Ey, das ist ein Pringels. Sogar die originalen. Funnyfisch ist besser. Au! Au! Alter! Die Katze auf den Tod. Alter, das sieht so aus. Nein, danke. Tür verbarrikadiert. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius. Schau mal auf Platz, Alex. Yvonne wurde verstärkt. Ich wurde entdeckt, Alex. Ganz leid. Störsender bereit. Es bleiben noch 10 Sekunden. Der Stacheldraht ist verlegt. Nur noch 5 Sekunden. Setz den Störsender ein. Soll ich irgendwo noch ne Wand aufstellen? Hier in der Ecke? Ja, ja. Aber der hockt eh da mit seiner Scheiß... Mit seiner Sniper. Sag's nicht. Wir sind direkt am Anfang weg. Weg, weg! Bam, 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 bam! Sonder da und dann keiner. Duft mal, wo ist eigentlich deine... Amor? Oh, die hab ich auch noch! Holla die Waldfee! Warte! Da ist sie. Auf der Tragfläche ist ein Sniper. Wer schießt? Ich treff ihn nicht, aber er mich. Aha! Sniper down! Und wo der... Ah, da! Starfall down! Alles klar! Ja, w-w-w-warum habe ich hier denn nicht getroffen? Du kannst nicht durch die Fenster schießen. Ja, war er oder was? Ja! Ich hätte ein größeres Kaliber. Hier, hier ist einer! Warte! Hier, äh... Aua! Erstes OG, vorderer Gang! Da ist einer! Halt mir den Maul jetzt! Wissen das? Im ersten OG, vorderer Gang! Jetzt auf dem Trockenen! Ich bin überfordert. Ja, ich mach das. Cool, ich mach so. Oh, man! Up, man! Duft, man! Duft, man! Wirklich zurückstückt! Fresse doch! Lefter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Boah, da war ich leicht verwirrt. Ach, hinter mir! Jaha! Flugzeug ist kacke! Boah, geil! Flugzeug! Flugzeug ist kacke! Mein Team ist scheiße! Ja, halt die Fresse! Warum kann ich nicht durch die Fenster schießen und er schon? Das ist Bullshit! Ich bin scheiße! Du bist scheiße! Mann! Hättest du mir doch vorher sagen können, dass ich da durchschießen kann, ey! Ich hab dich voll getroffen, ja! Ich bin voll drauf! Boah, mein Bruder ist so geil! Der bringt mir jetzt erstmal noch... Nice! Oh nein, nicht mit Twitch! Nicht? Oh nein, oh nein! Wird's ja wohl noch Fuß nehmen können! Geht doch! Nein, ist das eine Geisel, oder nicht? Nein! Echt nicht! Und wenn's schon! Wir müssen Geisel mit Alkohol! Ja, ich sag nur, das Geisel! Ist das scheißegal! Das ist nicht stark! Nein, das ist keine Geiselmama! Ich treff die schon nicht! Ja, aber du fährst gleich! Ich will nicht mit der Fahrze! Ja, nur weil ich gut bin! Ich glaube, das hat sich sagt, jetzt! Hier, Lappen! Ja, ich glaub's! So, Gemma, wo sind die? Hier! Futsch! Ich glaub, die sind oben! Ja, aber im Bett sind die, glaub ich! Zehn Sekunden! Ne? Einsatz in 5 Sekunden! Rettungsversuch kann beginnen! Geisel gelatten und sichern! Nein, ich will die nicht retten! Ich kacke die Geisel, ey! Lass ihn kacke! Oh! Weißt du, sogar Edward Laser ist besser als ich, ey! Sogar ich bin besser als du! Ja, du hast auch 4 Kills! Ja! Und warum? Weil du nicht ohne Shield spielen kannst, schnutzschutz! Ah, Mann! Hi, Doof, Mann, na? Hi, na, Schnecke! Ich will mich doch snacken, komm! Wir wissen doch ganz genau, oder? Da ist doch eine Kamera, da ist eine Kamera! Meine 10 Punkte, Bitches! Ja, das geht vor, Laser, hier! Edward! Ja, das geht vor, Laser, hier! Edward! Oh! Ah! Nein! Ich hatte nein! Ganz oben ist ein BE, ist ein Jäger! Sprengsatz platziert! Ich hatte auch so sehr auf B gedrückt! Er hatte nur Einzelschuss! Frag mich, warum er nicht so lang schießt! Och nein! Verstehe auch nicht, warum er über Einzelschuss nicht so oft schießt, ey! Das verstehe ich irgendwie nicht! Und wenn ich jetzt die 5 drücke, passiert auch nicht! Drück mal ab! Fabio! Was? Hinter dir, Alex! Erstmal eine Schelle! Unrespekt, Schelle! Ich glaube, der liegt da! Und ist am Verbluten! Der kommt einfach rausgelaufen! Oh, Leute! Der Edward Laser ist doch da! Das ist dein Retter! Wo bin ich aus dem Scope gegangen? Was? Das ist die Mäppichkacke! Oh, der Edward! Der macht das! Nein, der Laser! Warum muss ich denn da durchrennen, ey! Dann treffe ich dich doch nicht! Du! Ey, der heißt doch Edward Laser! Nein, Laser Edward! Nein! Come do it! Ach, der will es! Der kommt jetzt durch die Tür! Pass auf! Nee, der ist noch links weg! Nix kann er! Angst hat er! Alter, ich hasse es! Wenn man sich bewegt und die Teile sich im Fenster bewegen, so... Wir winken den Marvin mal zu! Ja, ist halt so! Ich denke immer, dass wir in Köpfe! Also diese Sitzränder! Nice Edward! Hier warst du grad schon mal! Wo muss ich eigentlich hin? Ja, keine Ahnung! Du Scheiße! Die Map ist kacke! Echt man, die Map ist scheiße! Oh, das wäre seine Tage! Schauen wir mal die Tür auf! Hör! Hi! Hi! Wett mit Pistole! Hi! Hi! Hier vielleicht? Hi! Hi! Ich glaub ganz oben, oder? Ich glaub ganz oben, oder? Ich glaub jetzt mal deine Schnauze! Boah! Ah! Ah! Wahnsinn! Nicht ganz oben! So, wer hält jetzt deine Schnauze? Wahnsinn! Ganz oben! Boah, wie geil! Ich glaub die waren ganz oben, kann das sein? Hahaha! Die Edward, die wissen jetzt so bestimmt nicht hin, Leute! Wie die Pistole runterknüpfen! Hörn die ihn! Oh! Den machst du! Den machst du! 10 Sekunden! Mach es! Der wird nicht kommen! Do it! Boah, bist du scheiße! Es bleiben noch 5 Sekunden! Links! Ah! Boah, bist du voll scheiße! Ach man! Guck mal, der steht da mitten im Weg! Der rennt erst so fit vorbei! Oh! Pfff! Boah! Bestes Spiel hier! Guck mal! Oh, shut up, Mitch! Oh, jetzt hab ich's gegeben, Junge! Äh... Guck mal, ich bin sogar fast so gut wie Duffman, alter! Hahaha! Hahaha! Boah, ich bin... ...kein Millimeter auf meiner... ...Leiste hier weitergekommen, ey! Ja von dir, du kannst ja auch nix! Hahaha! Ja man, uninstalled, ey! Alles weg! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin...